Du stehst mittendrin. Was ist denn da? Ja, weiß ich nicht. Ist das so ein Ding? Blöcke? Blöcke? Geht über die ganze Fläche, grau. Dann sind da so einzelne Vendor, die bewegen sich die ganze Zeit. Sieht aus wie so ein riesiger Schmidterling. Okay. Ich hoffe, du musst das aufdrehen, damit du mir das Schmel angucken kannst. Boys! Lass mal Eier sammeln gehen hier wieder. Das ist halt was bei dir alles so los ist, ey. So, sollen wir denn mal vielleicht was Sinnvolles machen jetzt? Okay, jetzt ist es weg. Nein, das ist doch nicht weg. Oh, lol. Mann. Okay, ich will connecte kurz. Dann mach das mal eben. In der Zeit mach ich mal ein bisschen Werkzeug vielleicht. Oh, also ich bezaufe noch mehr genug. Wie, das funktioniert immer noch... Es funktioniert immer noch nicht. Ich bezaufe, ich bezaufe, okay. Okay, ich starte MC kurz neu. Tu das. Ich hab viel zu viele Events offen. Und mir fällt gerade auf, wenn wir jetzt farmen gehen, sollte ich vielleicht den Shade ausmachen. Vielleicht. Ja, wäre besser. Uff. Na gut, ja gut, dass ich bei der Aufnahme sounden das alles weg habe. So, gut. Jetzt hab ich noch mal FPS-Wähler noch raus. Äh, so. Spitzhacken haben wir, Fackeln. Jetzt hab ich nur so wenig Fackeln. Fackeln, Fackeln. Essen brauch ich nur noch. So, ne. So, reichen. Brauch ich noch was aus der Spitzhacken? Eigentlich nicht, nö. Reicht ja. Fackeln, Spitzhacken, aber du brauchst ein Schwert, ne. Ja. Emma, selbst ein Schwert machen. Nicht vollkommen hilflos. Ich weiß, wie meine Kraft funktioniert. Ne, was du nicht. Okay. Ich bin also Stroh-Doof. Okay. Hab ich nicht gesagt. Nee, hast du nicht gesagt. Du bist doch mein süßes Blöntchen. Ja. Ich bin Blönt. So, hier, hier. Okay. Hier. Ich hab außerdem noch ein Schwert. Ja, genau. Gib mir einfach nur deinen ganzen Crap. Das sind Eisensachen, damit wir fahren gehen können. Crap mit. So, gut. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung wir gehen sollen. Miss Steinschwert. Ich will mir jetzt erstmal die Koordinaten aufschreiben, wenn ich nicht doof bin. Ja, aber gut. Mhm. Ach, hier sind wir schon mit diesem Dreieck. Genau, der Dreieck. Wie der Regen ist. Finde ich lustig immer. Das sieht man ja sogar am Boden. Lol. Puh, es regnet wohl nicht. Hört mal auf Eier zu legen. Brauchst du keine Rüstung? What's up? Was ist das? Was ist das? Du bist fies. Petra ist ne alte Eule. Die kann damit, damit niets anfangen. Da kann ich echt nix anfangen, ey. Oh. Puh. Warte, warte. Oh, ich habe eine Fledermaus, jetzt haben wir da wieder. 169. Ist hier vielleicht irgendwie was? 169. Gott! Ist nix. Wo bist du hin? Ich will hier am Strand. Ich kann mal dazu, brauchst du jetzt noch eine Rüstung oder nicht? Schön, dass hier nur hier über dem Wasser es regnet. Merkwürdigerweise. Achso. Falscher Weg. Du fährst nicht durch die Tür. So, so. Schaut eigentlich den Helm. Okay, was? Mein Helm. Dankeschön. Tschüsschön. Wirst du gut? Du brauchst eine Hose. Hose? Ja. Und. Zuck, zuck, zack. Nice. Saisen kannst du mir wiedergeben. Wenn ich deine Sprache habe, blablabla. Erst reden. Erst denken, dann reden. Ja. Erst reden, dann denken. Genau. Erst reden, dann denken. Okay, okay. GG. Ich bin der Haushund. Ich bin der Haushund. Mach mal, wuff. Ah, Mann. Gut. Genauso schlimm wie das letzte Mal. Bist du etwa wieder auf Zucker? Komm hier. Hier regnet es die ganze Zeit. Ach, das meinst du. Ja. Und hier hört es wieder auf. Ja, das ist ja auch Wüste. Ja, aber hier wirklich nur das kleine Stück Wasser. Und das ist immer am Regnen. Egal, ob ich nicht da bin. Es regnet da immer. Ja. Es ist magic. Wer ist der Spinner? Komm her. Meins. Ja, du solltest übrigens auch noch mal auf Hardcore spielen. Ach du Scheiße, das ist ja. Das fällt mir einfach so aus. Ja, leider nur. Das ist die ganzen, äh, leuleuleuleuleule, wie die mich tot sparen. Nein. Nein. Hast du jetzt den Enderman geschüttet? Pass mal aufs Skelett. Oh, eineinhalb jetzt. Oh ja, ich habe auch nicht mehr viel. Boah, ich habe auch fast einmal ein Essfutter jetzt wieder verbraucht. Kommen schon wieder die nächsten, ne? Ah, wir haben einen Enderperlen. Nice. Da kommt schon wieder ein Creeper. Wie schnell der explodiert ist. Wow. Egal, ich stelle mir die Messersatz mal mit auf. Kann man vielleicht schon mal mal gerochen. Ihr Herzen. YOLO. Wie einfach scharf auf dich war. So, ja. Nein. Huh. Das wollte ich natürlich so. Naja, jetzt soll ich nur noch... Eyjau, guck dir mal, wie viele Creeper da stehen. Eins, zwei, drei, viel zu viele. Dann gehen wir einfach mal hier lang. Wir suchen einfach mal eine Höhle jetzt. Wir gehen unnötig einen Berg hinauf. Nein, ich wollte das gewittert. Es gewittert. Hui. Ah, Jump geschafft. Ah ja! Das scheiß Skelett. Habe ich nicht geweckt. Schenke ich mir den Bullion. Wrecked Zombie. Ich wollte überhaupt nicht mal das Essen. Zinnig habe ich uns eben so viel Essen mitgegeben. Wir werden uns wahrscheinlich alles verbrauchen. Ja. Höchstwahrscheinlich. Aber hier ist auch irgendwie... Hier ist grad alles. Hier ist grad... Da war ich schon, noll. Big Party. Na, geh mal außen rum. Gehen wir mal hier lang. Der war auch schon. Nice. Mini Zombie! Der scharf auf mich. Zack. Da waren wir auch schon. Mann. Ich hatte grad Equipat eine Rüstung an. Wo du noch nicht warst, will ich mal wissen. Ich bin doch nicht so oft auf Farm gewesen. Ich war jetzt einfach mit dir Farm und einmal jetzt... Bin mit mir! Ja, theoretisch die Folge von der Upload Terms, die morgen kommen. Beziehungsweise halt für die Leute, die jetzt das gucken, ist das schon länger her. Hm? So. Ich glaub, hier irgendwo war noch irgendwas... Dem bin ich mich damals angekommen. Das weiß ich noch. Da war nämlich hier irgendwo noch eine Schlucht gewesen. Das ist der Labe. Hier war ich auch schon. Hier ist eine Schlucht. Da war ich so brainhaft. Da bin ich hier umgelaufen. Da bin ich da... Wie bist du denn hier hingekommen, ey? Bei dem... Braucht mich was anderes. Vor allem, guck mal, wie weit das weg ist. Boah, ich bin schon wieder... Ich bin schon wieder essen, ey. Das gibt's doch nicht. Ist ja vielleicht irgendwo unten Wasser, dass wir da mal reinspringen könnten. Da ist Wasser. Aber... Doch, da ist offen. Wenn wir uns natürlich gerne so runter gucken, dann kommen da plötzlich irgendwelche Typen und schmeißen uns runter. So wie den da. Entschuldigung! War ja schon okay. Hopp. Hopp. So. Das ist natürlich die Frage, wie kommen wir denn nach Westen wieder hoch, ne? Ja, dann haben wir ja bestimmt genug Kobbelstern. Egal. Jolo's weg, zack. Jolo's weg, zack. Huui. Ja. Wieso beginnt das große Farmen? Wollen wir als erstes dann? Gehen wir mal hier hin? Wir beginnen erstmal die Lava loswerden. Wir hätten... Oh, dann soll ich mich schwer. Ich hätte mir vielleicht mal Holz mitgeben sollen. Mann, du blöde Flellermaus, geh aus dem Weg. Danke. So, auf jeden Fall schon mal jede Menge Eisen hier. Klausch mal nach der Kuh. Zack, erstmal das Eisen. Kohle kann später folgen. Kohle kann später folgen. Jetzt werden wir die ganzen Ressourcen, die wir in die heutige Folge investiert haben, wieder rausholen, ne? Hm, was? Jetzt werden wir die ganzen Ressourcen wieder rausholen, jetzt hier. Ja. Wird gemacht. Ja, also Eisen hab ich schon mal jede Menge jetzt gefunden. Hier geht's auch noch weiter mit dem Eisen. Lol. Da ist auch noch Eisen. Oh, Gold. Ich hasse Farmen eigentlich. Hä? Ja, ich mag Farmen nicht. Also, 28 Eisen hab ich jetzt schon. Du magst Farmen nicht. Wieso wolltest du dann Farmen gehen? Ja. Gerade hab ich Lust drauf, aber ich mag Farmen eigentlich nicht. So, so. Das war auch ne Sache, warum ich so lang auf dem Krustenzalber ohne Rüstung gelaufen bin. Ich hab keine Lust auf Farmen gehabt. Ey, ich hab dir direkt auch Anfang Rüstung gegeben. Ja, aber ich hab die nie angezogen. Ja, das hab ich ja schon klar. Ja, die hatte ich ja. Naja, ja. Aber abgesehen von der. Du wolltest die noch nicht anziehen, die gibt's dazu. Die war nicht stylisch genug. War grad nicht in Mode. Ne, genau. War grad nicht in. Ja, sorry. Ich bin halt so ein Typ, der geht halt nicht mit dem Strom. Der geht halt gegen den Strom. Ja. Deswegen mach ich auch jetzt so ein Minecraft Live-Ding, weißt du? Weil Minecraft Leben vorbei ist. Ja. Ja gut, dass jetzt Minecraft... Ja gut, dass Minecraft Live jetzt neu angefangen hat, kann ich ja nicht wissen. Minecraft Leben. Ja. Was ist das ich meine, Mann? Ja, ja. Schon klar. Oh, Gold. Nice. Ich hab ja übrigens noch kein Gold oder Dia, glaub ich, gefarmt, glaub bis jetzt. Hm, hier ist überall Kies. Kies kann ich eigentlich auch mitnehmen. Ja. 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 Wie die hier voll verwinkelt ist alles. Jo. Bin ich gut. Sind wir echt mega lange wieder dran hier. Jo. Sind wir beschäftigt. Ressourcen fahren, musst du aus den fahren. Hast du gerade eine Fledermuske gekillt? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Das klang gerade so. Das klang gerade so. Das klang gerade so. Das klang gerade so. Vielleicht hab ich ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht hab ich ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht hab ich ja auch nur in Lava geflogen, dass du irgendwie... Die Mäuse sind ja, Fledermäuse neigen dazu. So. Da unten bist du. Okay. Ich hab schon nur noch vier Spitzhacken gelaufen. So. Oh. Was ist? Ich hab fast in Lava gelaufen. Das geht, ähm, ich bin am Laufen und dann geht's drei Blöcke nach unten. Ich hab grad das Eisenerz genug so viel rüber zu bauen. Das mit der Fackel ist echt ein guter Trick bei den Kies und so. Wollen wir Zeit sparen? Mhm. Richtig viel Zeit sparen. Und Kies brauch ich halt, um halt Wege zu bauen und so. Da ist echt wieder viel... Oder sogar Eisen und Gold. Äh, so. Ich brauch mal was, um mich hochzubauen. So, Achtung, ich hab eigentlich die... Genau, ich kann ja nicht... Die Fackeln ja hier drunter platzieren, dann brauch ich auf dem Block da drüber ab. Hm? Ich bin so schlau. Ich bin so klug. Kein, okay. Und das ist die erste Spielsacke. Wird's vier Stück oder so, ne? Ja. Aber das andere, die jetzt kaputt ist, war nur Stein. Nur Stein. Jo. So. Zack. Cool, 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 cool. So. So. Erzähl doch mal was. Oh. Was machst du denn gerade? Eisen abbauen. Oh geil. Oh ja. Ledermaus geht mir auf die Nerven. Und ich konnte nicht's sehen. Das hätte ich auch gerade gesehen gehabt. Liegt nicht mal. Ja, das sehe ich gar nicht. Überhol. Ah, geil. Nee. Uh, ich hab kurz nen Brenneffekt gehabt. Oh, du brennst wortwörtlich. Was? Du brennst wortwörtlich. Ja. Ich muss die erst lauter kommen. Ich muss die erst lauter kommen. Das ist schon auf 50. Auf 50? Ja, im Dingens. Lautstärke-Mixer. Okay. Zack, zack, zack. Jetzt ist es auf 75. Nicey. 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 So. Ich kaufe und baue einfach alles ab, was es hier gibt. Mach das. Okay. So. Finde ich gut. In der Hoffnung, dass irgendwas wertvoll ist. Ja, was wertvoll ist bei sein. Was? So, zack, zack, zack. Ich habe das Gefühl, ich laufe die ganze Zeit an Dias vorbei. Aber ich sehe keine. Der Mond ist und... Warum hab ich eigentlich Weizenkörner dabei? Ich auch. Warum hab ich eigentlich Weizenkörner dabei? Wahrscheinlich wegen Gras.. Oh hier sind wir ein bisschen was. Hier warst du scheinbar schon. Oh, hier ist Redstone und alles. Ich sehe die ganze Zeit Zombies. Die machen BWAEEE. BWAEEE.. Da sehe ich dich rumlaufen. Ziehe dich. Kille den Zombie. Gut gemacht. Nicey. Redstone. Ich weiß gar nicht, was ich mit Redstone hier machen soll. Aber egal. Bei mir ist so dunkel, bei mir ist so dunkel. Du hast doch Fackeln. Warte, die leuchten aber nicht so weit, wie ich gucken will. Dann musst du halt mehr Fackeln setzen. Die leuchten trotzdem nicht so weit. Setzt einfach mehr Fackeln, so. Nein. Nein. Jetzt sind wir zick, zickig. Ja. Zu viel Eisen. Ich hab jetzt fast schon ein Stack-Eisen gelöscht. Ja, ist okay. Hier warst du schon immer, okay. Du musst nicht mehr lang gehen. Ja, ich... Wow. Ja, genau. Redstone, 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 Redstone. Jetzt lass mich, danke. Bei dem Bogen hat's gedroppt. Ein Bogen. Ein Bogen. Wie schön sind wir eigentlich? Wir sind auf Höhe... Wo siehst du? Elf. Wir sind sogar Dias. Ich bin auf Höhe 13. Wir sind jetzt auch circa... So, hier ist nix, hier ist nix. Daneben ist direkt ein Zombie. Oh, da sind einige, das sind Zombies. Cool. Erstmal den Redstone hier mitnehmen. Zack, zack. Oh, schön viel. Äh, jetzt müssen wir nur die Lava hier wegkriegen. Ach, hier ist auch noch Redstone, was. Wie ist einfach jetzt die Heller geworden ist? Lol. Warum? Wer kommt daher, meine Friends? Ich krieg euch auch ganz bestimmt nicht in die Lava oder so. Nee, nee. Gar nicht. Sieht nur so aus. Nee, sieht nur so aus. Steht natürlich nicht mehr in der Räcke. Ich glaub, ihr könnt halt mit... Wie viele Herzen sind das? Ehh, 8,5. Ich glaub, ich bin besoffen. Nein. Könnte dich usern, ja? Manchmal denke ich mehr so. Ja, manchmal. Wie kann mich das Wasser hier wegdrücken? Ich steh auf dem Stein. Das versteh ich nicht. Will ich nicht, mag ich nicht, will ich nicht. Noch ein Zombie. Musst du das unbedingt auf hart stellen? Mann. Ja. Das muss ja eine Herausforderung sein. Hm. Hallo Zombies, hier bin ich. Hi. Hier sind wir. Kommt doch mal. Nein, ich will nicht schnell wegkommen. Fütze. 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 Die kommen immer noch nicht her. Was seid ihr denn für Zombies? Ich hab's dann geküllt heute. Ich hab mich immer noch nicht an. Hm. Ist das plötzlich auf easy gegangen oder was? Hä? Die wird doch im Chat stehen. Ja. Find ich schon bisschen komisch, weil die haben sich jetzt einfach kein Stück angegriffen. Zombies. Vielleicht halt vielleicht wäre er schlecht gelaunt oder so. Ohne. аютext. Oh Gott, das Wasser drückt mich gerade in die Cora. Ach, ich hab die Lava weg. Du hast eh Wasser daneben. Verbrennen kannst du nicht. Doch, verbrennen kannst, aber… Hältst du schon können, hast du durch. Goddorfernee. Ich mach — weck das Wasser weg. Geh doch mal weg, Wasser. So. Die Höhle ist viel zu groß. Machen wir einfach bunches was zu tun. Ja. Lenden wir jetzt ne Biaspitzvater, wahrscheinlich ist es lee Harmony. Dez hat man mehr auf die Hoffnung irgendwie … Dass das Eingang zu Ende geht, kommt man in die nächste große Raum. Super. Ja. Lapis! Nazuli. Ich glaube, irgendwas steht. Creeper! Boom. Nicht explodieren! Ich höre es sogar noch. Nicht decken wir nur so. Au. Da ist noch mehr Lava. Cool. Hi, Lava. Kommst du? Denk wir nur so nicht explodieren. Buff. Warte, er macht Buff. Ach, mehr Lava, cool. Egal, du kannst da bleiben, Lava. Ausnahmsweise. Du störst mich jetzt hier gar nicht. Was haben wir denn hier? Hier ist auch eine Fackel. Da wird sie schon immer los. Hier ist Lava. Da ist auch eine Fackel. Da kam ich her, da kamst du her. Ja, ich fahre eigentlich gar nicht. Ich bin da eigentlich gerade erst nur dabei, alles auszuleuten, weil ich keinen Bock habe, mich verlaufen zu hören. Äh, ich bin umständlich, danke. Oh Gott. Jetzt finde ich mir doch eine Schuppe dabei, das gab es da. Egal. Lass uns den Kies haben, wir können nochmal wiederkommen. Aber der bolzt sich gerade auch nicht, um zugebaut zu werden. Scheiße. Ich hasse, wenn das manchmal nicht klappt oder wenn der Kies einfach auf der Fackel stehen bleibt. Gieß, 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 Gieß. So, wie jetzt schon wieder? Eisen, 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 Gas für Eisen. Höhe, 29, wie bin ich auf über 30 gekommen? War schon klein. So, jetzt habe ich noch ein bisschen wieder an den Kies. Hier warst du eindeutig schon überall. Was? Hier warst du schon eindeutig überall, habe ich gesagt. Heißt aber nicht, dass ich abgefarmt habe. Ich weiß, ich baue schon das Eisen hier ab. Wie das Eisen, Eisen jetzt da oben hängen bleibt, lol. Komm runter. Bauen wir uns mal hier hoch. Zu dem Eisen. Die Lava mal schneller weggehen. Oh Gott. Gold, 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 gold. Schönes Glitz. Gold, 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 gold. Hm. Da kommen die Kollen, die wollen wir eben schnell mit hier. Zumindest an die, die mal rankommt. Da kommt das Skelett. Es hat mir zugenickt. Wow. Jo, Bro. Was geht? Es schießt auf mich jetzt. Es läuft genau vor mich. Er ist, er ist, ja. Nächste Schlucht. Hä? Wie ist ich? What? Hat das ja meine Hände? Jetzt sehe ich hier Dias. Dias, Dias, Dias. Kohle, Lava, Wasser. Findest du die ersten Dias in Minecraft live? Wer weiß das schon. Weil das Lustige finde ich einfach, beim kurzen Zauber habe ich... Instant Dias gefunden. ...im kurzen Zauber habe ich Instant Dias gefunden. Hier habe ich einfach noch gar nichts gefunden. Die ist doch gut, ich habe auch noch nicht nach Dias gesucht. Creeper, nice. Hier ist noch ein weiterer Gang, den ich ausgelöchtet hast. Mit viel Eisen und allem drum und drum. Der Boden von der Schlucht ist einfach mit Wasser und Lava überdeckt. Ja, ist normal. Cool. Cool, 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 nicht cool. Ich, ich, tschüss. Du bist tot? Nein. Ich wollte schon sagen. Ich habe auch keine Lust auf Mobs. Wenigstens muss ich nicht ausleuchten, das ist gut. Lava macht das schon. Genau. Aber ich will die loswerden. Ich hoffe mal, der Creeper fällt jetzt hier nicht unten. Diese Kobbel. Warst du hier schon? Die sind ganz... Nee, 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 nee. In der Lava. Oh, ich habe noch Gold gefunden hier. Was man nicht alles findet hier, krass. Krass. Na, komm her, Creeper. Jetzt kriege ich mich eben schnell. Hoho, getwreckt. Zack. Easy. Oh, ich dachte hinter mir wird jetzt noch einer. Aufgetaucht. Boah, hier ist einfach so viel. Ich hätte echt mal Holz mitnehmen sollen oder so. Hier geht es auch nochmal lang. Lol. Du kannst ja die Koordinaten aufschreiben. Dann weißt du, circa, wo du bist. Du hast immer eine Rohstoffquelle. Oh, komm. Ich glaube, hier wirst du nie fertig mit abfahren. Weg mit dir, Sklitterärze, wie ich es rübergehauen habe. Lol. Ja, doch, irgendwann wird man hier auch fertig. Wir hätten da einmal machen können, hätte ich Lava. Äh, Wassereimer, dann könnte ich die ganze Lava löschen. Könnten wir ja machen. Kommst du jetzt, Sklitterärze? Wie bist du hier rübergekommen? Hä? Ach, ist auch so, bist du rübergekommen, okay. Ist schon gut. Achso. Die Frage hat sich geklärt. Okay. Oh nein, jetzt habe ich noch drei Spitzsacken. Wie viel Eisen ist denn hier? Ich glaube, hier sind irgendwie fünf Eisenadern auf einmal. Sehr viele Zombies irgendwo hier. Ach, hier sind die Zombies. Ist nicht zu mir. Ich habe da noch einen Creeper natürlich. Oh ja, komm, explodier. Dann kann ich dich holen. Dann wreck ich dich. Easy. Easy get wrecked. Ja. Ist das noch ein Creeper? Ne, ist einfach nur Schotten. Das sieht durch Luft schon cool aus. Okay, jetzt nichts mehr. Oder ist Wasser nymph... Nympht. Nervt. Nervt. Nympht. Nympht. Wer kennt es nicht, dass nympht? Nympht. Wer kennt es nicht? Nympht. So, viel Eisen. Also Eisen-Technik hat sich das auf jeden Fall schon mal gelohnt hier. Nice. Ich habe die ganze Zeit Mobs. Warum sind wir im Texture-Pack auch alle Creeper mit unterschiedlichen Farben? Doch, cool. Ich weiß nur nicht, wo wir herkamen. Wo du bist. Wo du jetzt schon gefarmt hast und so. Weiß ich jetzt alles nicht. Hallo, Creeper. Ciao. Halleluja. Aber hier ist dunkle Wasser auf jeden Fall schon mal nicht. Ja gut, dann machen wir so einfach. Gut, dass ich nicht Wasser aufscheibe bin. Ich würde hier nicht aushalten. Ich würde hier nicht aushalten. Oh man. So. Kohle, lass ich jetzt auch erstmal zurück. Habe ich ja nicht genug? Mein Obsidian sieht auch irgendwie lila aus. Obsidian ist doch lila eigentlich. Zumindest nicht mehr als Texture-Packs. Ja, wegen dem Texture-Pack. Das ist sogar die grüne Lava. Die Gieß brauche ich auch nicht. Da hat auch eine Aufnahme mit drin. Nice. Die grüne Lava, wer kennt sie nicht? Die grüne Lava. Hier warst du scheinbar auch schon. Die grüne Lava. Das ist aber schlecht ausgeleuchtet. Hast du da einen Block gesetzt, oder? Was habe ich? Ja, das warst du hier glaube ich nicht. Dass du hier was aussetzt hast, hättest du hier die Blöcke gesetzt. Nee, nicht, dass ich wüsste. Oder ich habe nirgends Blöcke gesetzt. Ich habe nur hin und wieder irgendwo Wasser gestoppt. Bei dem einen hast du auch noch Dingsamster gesetzt. Es gab eine Brücke. Ja, da ging es dann abwärts zur Lava. Komm nochmal jetzt, Zombie. Ich kill dich. Und ich werde fast fast in die Lava gelaufen. Auch gut. Ja. Ja. Was machst du denn für Sachen? Ja. Ist aber nicht gesund, was du hier so machst. Es ist 9 Uhr. Fast 9 Uhr. Aber dann musst du Kacke bauen, oder was? Ja, sicher. Achso. Bei mir immer Standard. Jeden Tag um 21 Uhr. Passiert immer irgendwas. Das sieht tierverdächtig aus. Da gehe ich jetzt hin. Kann sie von mir riechen. Riech die Dias. Mit meiner Schlupfnase eh. So, wieso bin ich eigentlich streitzen? Also keine Dias hier. Wir gehen trotzdem erstmal hier lang. Oh, hier ist eine Höhle. Ich habe Lapis. Nice. Und Dias, wer hat es gesagt? Nice. Ich bin ein paar Mop... Ich brauche aber Wasser. Ich habe einen Mop-Spawner gefunden. Hier scheint... Oh, hier kommen schon wieder Spinnen und alles an. Toll. Ich habe den Mop-Spawner noch nichtmals aufgemacht. Taxi. Stirb. Hier warst du aber anscheinend auch schon. Hier bist du immer durchgelaufen. So sind hier Fackeln. Ich bin einfach durchgelaufen. Ich habe, glaube ich, ein Stack Eisen abgebaut. Warte, wie viel Eisen habe ich? Ja, ein Stack Eisen habe ich abgebaut. Da bin ich nur noch rumgelaufen. Hier ist irgendwo ein Spawner. Die Dias sind auf der falschen Seite. Oh, nee. War mal ein Spawner und der ist irgendwie weg. Auch gut. Nee, ich habe ihn gefunden. Oder warte. Eins, zwei, drei. Es ist eine Festung. Was? Strongheart? Hier ist eine Festung. Halt's ab. Lol. Als ob wir jetzt schon das Ender-Portal gefunden haben hier. Geht so lachen. Uh. Leisentüren nehme ich mal mit. Hier ist eine Bücherei. Ich habe noch nie eine Bücherei unser gefunden gehabt, ne? Das erste Mal. Fünf Dias. So viele Bücherregale. Nice. Boah, yo-wee. M-S-M-Bücher-Bücher. Warte. Äh, Koordinaten. Hm, Screenshots? Okay. Ich glaube, ich werde einfach mich hier hinbauen. Ich würde hier einfach mal eine Bücherei erstellen. Das tut. Oh, ich bin schon voll. Ups. Eins, zwei, drei, sechs Dias. Nice. Was ist auch noch mal ne? Fünf. Sechs. Uh, der Ende war fast verbrannt. Ja. Sechs Dias. Jetzt darf ich nicht stehen. Eine Kiste mit einem Eisenlärm, eine Ender-Perle und Apfel. Okay. Das Gefühl, da hinten sind noch reiche. Tu ich mal den... Der Apfel kann ich ja nicht tun lassen. Ist noch eine Kiste. Eisen. Eisen. Da habe ich eigentlich Eisenklamotten mit. Boah, die kann ich auch drin lassen. Brauche ich auch nicht. Aber ich nehme die Eisenklamotten mit. Die Kitter kann ich auch mitnehmen. Aber das kann ich eigentlich auch alles so lassen. Dann baue ich mir hier richtig schön was Tolles. Oh. Krass, ey. Krass. 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 Ja, hab ich mal ne Festung gefunden. Krass. Was? Schon gut. Mhm. Mir gehen aber die Fackeln aus. Ja, mir auch. Hier geht's auch nochmal runter. What the fuck? Ab jetzt nie. Aber ich sterbe nicht. Keine Sorge. Wollte ich dabei in Kisten. Ich kann aber nur fast den ganzen Scheiß in die Kisten räumen. Das ist eigentlich ne gute Idee. Dann komme ich einfach wieder. Hier sind aber Zombies. Da ist ein Zombie auf jeden Fall. Jo, ich habe das Neverportal gefunden. Hede Menge Endermilben. Nice. Wie heißen die? Silberfische oder so? Keine Ahnung, wie die heißen. Ja, Silberfische. Oh, hier sah so nach Dias aus. Oh, da hinten geht's weiter. Ein Ender-Auge ist sogar schon dran. Wow. Uh. Eins. Weißt du, wie die anderen gehen? Äh, ja. Vor Zeit war ich jetzt aber gerade gar nicht draußen. Günstige Arbeit überhaupt, diese Ender-Eis zu machen. Komm doch mal her, Zombie. Hey. Ich will mit dir kuscheln. Oder nicht? Ich krieg die ganze Zeit Fotos von dieser komischen Nummer. Hä? Hast du angeschrieben von irgendwelchen Nummern? Ja, von der, von, 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 von meinem Onkel ist das, glaube ich. Der hat irgendwie auch jedes Mal eine neue. Ach, ihr spawnt immer wieder neue, oder was? Ja. Oh cool, wüsste ich gar nicht. Gut. Ender-Portal gefunden. Nice. Eine Büscherei haben wir gefunden. Nice. Oh mein Gott, ich komme wieder in so eine riesige Höhle. Zack, hier geht's hoch. Ach, hier war ich schon. Okay, gut. Hier ist aber irgendwie nix. Ja, hier ist nix. Oh nice. Joran, nicey. Nice, sir. So, dann packe ich einfach ein bisschen Scheiß rein, den ich immer brauche. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Mir kommt jetzt ein Mob. Ich hab' gar nicht zum Bauern gebraucht. Ich glaub' die Bilder mittlerweile gar nicht mehr mal runter. Ich. Wer weiß, vielleicht mal das ist ja Penisbilder oder so. M-m. Ich seh' das ja, das ist ja unscharf. Wird immer irgendwas drauf. Warte, vielleicht kann ich's sogar lesen. Bei dem einen steht Merci drauf. Okay. Bei dem einen steht, äh, eine. So, von da kam ich hin. Gute Nacht, Schlafgut steht da. Oh, cool. Sehr nett. Mhm. So, ich entstaub mal die Bücherei. Genau. Oh, mein Schwertz war fast schon kaputt. Ja, auch krass. Mir gehen die Korbels aus. Ich hab' fast keine Fackeln mehr. Aber hier könnte ich noch was auch Holz abbauen und was zu verwenden. Ja, find's schon immer schon hier auch noch irgendwo. Ja, find's schon auch cool. Ja, warte. Weil, wieso ist das ein bisschen schräg still, jetzt ist das Krohleuchte einfach pink. Beziehungsweise die Ränder. Nice. Kann man hier gar nicht hoch. Da haben wir auch noch eine Kiste. Entschuldigung, hier hoch. Zack. Macht, dass wir noch irgendwo hier sind. Hier ist so viel Lava. Bestimmt. Also, was haben wir hier? Unter der Lava. Ein Kompass. Was bringt mit einem Kompass? Ja, das, äh, der Kompass zeigt dir deinen Spawn an. Wo du ursprünglich gespawnt bist. Ganz am Anfang. So kannst du das, so kannst du auch so gut klicken. Okay. So, gut. Und, schau, ist das einfach mal da drin. Nicht ganz gelassen. Und ich den eben noch verlaufe. Wo bin ich denn jetzt, 36? Ich glaube, ich baue einfach hier, ich baue mich einfach jetzt hier mal hoch. Oder ich baue mich jetzt einfach mal hier hoch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich rauskomme oder so. Egal, ich baue mich jetzt einfach hoch. Nein, 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 nein Ich höre einen Creeper, ein bester Volt. So, so. Ja. Wieder Kies. Wahrscheinlich komme ich mit einem Meer raus oder so. Braucht ihr dich gerade nach oben? Ja, ich brauche mich gerade nach oben. Hinter einem Lavasee erstmal schön verbrennen. Boah, da sind wir die ganzen Scheiße nicht dabei, wäre das schon ärgerlich. Ist mir auch schon mal passiert, ich habe mich mal hochgebaut vom Farm und dann bin ich durch genau bei einem Lavasee rausgekommen. Oder ich hatte das Glück und stand mittlerweile, und stand hinterher auf einem Berg. Das ist auch gut. Ja. So, das wünsche ich mir jetzt natürlich nicht. Hi Creeper. Tschüss, explodier mal. Wie viel Kohle hier einfach ist, lol. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich habe sechs Dias, ich bin happy. Sechs Dias. Woah. Auch wenn ich irgendwo das Gefühl habe, dass hier irgendwo noch welche sind. Oh. Das packt dein Riechorgan aus und riecht Dias. So gut riechen kann ich nur auch nicht, wobei ich habe die vorhin, ich glaube das vorhin war einfach nur ein Glücksgriff. Aber ich habe das entschieden und mit nicht bekommen. Oh, wahrscheinlich hast du das davor nicht bekommen oder so, ich weiß nicht. Gibt es da vorhin? Jetzt nach. Ob, nee, äh, Erfolge. Benötigt Diamanten. Nee, habe ich noch nicht. Ich baue einen Diamanten mithilfe der Eisenhack ab. Ah. Ich muss zuerst irgendwas in den Ofen packen und schmelzen. Eisen. Eisen schmelzen. Und dann kriege ich erst auch Mann. Hm. Aber ich habe das ja Schiff mit Dias abbauen. Warum? Hier ist Erde. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ich brauche mich jetzt auch nach oben. Sicher, ich komme nicht am Arsch der Welt raus. Ja. Wer kennt ihn nicht? Ja, ich bin draußen. Was ist hier? Tageslicht. Ja, hier kommt jetzt Kies und ich bin tot. no, 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 lull. So, wo bin ich denn hier? Ach, am Villagerdorf. Ach. Ja, doch nicht so weit. Nice. So, dann markiere ich den Eingang mal ein bisschen mit dem Fackeln hier. Vorsicht. Stalpergefahr. Mhm. Gut, äh, treffen wir uns. Zuhause? Ja. Aber im Villagerdorf liegt auch ganz viel Kies. Ich wusste, ich hab das auch gebaut. So, äh, jetzt die Frage, vom Villagerdorf, ich glaub, in die Richtung müsste ich. Komm mal her, kann ich nicht gelich noch. Da ist ein Schwein. Ein Schwein? Oh, die nehm ich noch alles, das nehm ich noch mit hier. Eine Kuh. Ja, ne, das ist auch ein Schwein, lol. Ein gepunktetes Schwein. Ja, gibt's. Ja, mit dem Töcksteppäck schon. Scherp, 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 scherp. Hopp. Ich hab diese kleinen Schlucht gesprungen. Komm mal her, jetzt gibt's alles. Mhm. Da geh ich noch, oh, Wasser. Kühe, ah, ich komm richtig auf den Weg. Oh, ein Schaf, komm her, Schaf. Uh, ich wär fast ersaufen. Oh, die Kuh hab ich gewonnen, jetzt. Jetzt auch mal ne Höhle, und alles. Wahrscheinlich hängen die alle zusammen. Ich hab immer so'n Glück beim Farmen. Warum? Ich bin richtig weit unter Wasser. Bei Blüberblasen, eine Blüberblase, überlebt. Gut. Gut. Komm her, Elemen. Ich guck dich schon an. Jetzt brauch ich die Qualität. Er hat einfach keinen Bock mehr. Jetzt ist er angry, oder? Hä? Bodies? Warum liegen da plötzlich mal Sachen? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er einfach weg. Dahinten ist schon mein Wald, den ich gepflanzt habe. Das ist echt die Frage, nehm ich jetzt die Festung, baue ich da was rein, oder baue ich die komplett ab? Hm. Aber wegen Enderportalen weiter, glaube ich doch. Ich baue mich da rein. Das wird einfach was Tolles. Oh, da brennt irgendwas in meinem Haus. Weil ich mich frage, wenn jetzt so ein brenner Zombie gegen mein Holzhaus läuft, fängt das Holz dann Feuer? Nee. Wäre mir schon ein bisschen assi. Jetzt könnten die Zombies einfach mein Haus niederbrennen. Uh-ha. Ja, das wäre nicht so toll. Finde ich. So, endlich in der Heimat. So, erstmal Sachen verstauen. Kies, Kies. Der kann auch da hin, das kann was wollen. Das kann da hin, das kann da hin. Erde, Erde, Erde. Wo habe ich die Erde? Kisten. Ich habe einfach schon zwei Erdekisten volle. Krass. So, das kann hier alles hin. Da können wir gleich einschmelzen gehen. So, so, so. Das haben wir hier. Das müssen wir hier reinschmeißen. Essen habe ich sogar noch genug eigentlich. Oh. Ich hab schon mal 51 Kartoffeln. 48. So. Ah, ich sehe das Dach voraus. Das müssen wir einfach mal so. Zack, zack. Und zack, so. Nehme ich mir mal... Eisen, Eisen, Eisen. Habe ich vielleicht mal ne Schippe? Nehme ich mir mal ne Schippe mit? Sticks. Oh, hab ich denn nicht? True Sticks liegen. Egal. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Ähm.. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Wiss auch wovon hab ich ganz viel raus. Klingeling. Hi. Ehm.. Eisen nehmen wir mit. Oh, die ist auch schon. so und ich gönne... eine Schuffel reicht, ach ich guck mal was... ne eine reicht, auch eine reicht manchmal noch nicht bezacke, nicht zu viel Hauptsache ich hab jetzt hier auch noch ein Lager so gebaut, weißt du Fackeln, genau, Fackeln wollte ich haben Habt ihr noch welche gehabt? Nein, ich brauche so viel dabei Essen reicht... ach stimmt, das Schwert bräuchte ich vielleicht noch je nachdem auf wie viel Widerstand ich treffe Ups Falsche Kiste So, zack Also haut drauf, da sinkt jetzt alles so weit auseinander Was willst du machen? Was? Ach, sortierst du das, sortierst du schon mal ein bisschen? Nein, ich sortier grad meine Sachen überein Das ist okay, sortierst du schon mal ein bisschen? Ja, ne... Nein, was? Was? Sind wir uns sortieren, der uns Satir-Fetisch? Niemals Gar nicht Wenn ich da gar nicht durchblicke... Wo hast du deine ganzen Ärzte? Die Ärzte hab ich in den Ofen geschmissen Ah Tch Merkwürdig Uff Warum wären meine Zäune an den Kanten pink? Das versteh ich nicht Egal, ne... We meet in Dias? Also tu die einfach in die zweite Kiste von links Da, genau da, wo du jetzt dran hast Gut Gut Ich wollte was trinken Du wolltest was trinken? Nein Ich will nichts essen Ah, okay Gut Dann pushen wir mal nochmal in die Brücke rüber Cool Das eben Ende auch gemacht und dann, äh... Zack Weg Mit einem Ballon Im Ende auch machen Ja, im Ende auch kratzen nebenbei Just do it Just do it Just do it Ist auch noch ne Höhle? Nein Ist auch noch ne Höhle? Das Video auch noch ne Höhle Mag ich jetzt zwar nicht schreien Aber war doch mal auf Verkursch jetzt, ne? Ja Ein ganzes Schloss gefunden Ja Ja Ich muss nämlich da schon jetzt irgendwie so schon 30 Folgen drin hängen und einfach kurieren und so Ja Ah, hier war ich grad ab den Endemann getroffen, der dann weggelaufen ist Ist auch noch ne Höhle Höhle die runter geht Da ist noch... da ist noch Eisen Egal Egal, ich geh jetzt in die Bücher Hier holen wir dann meinen ganzen Scheiß mit Und dann mal schauen Geht's auch noch runter Vielleicht baut er auch das Villagerdorf ab, wer weiß Wer weiß? Erstmal Villager töten gehen Ja, erstmal schlachten Ja, erstmal schlachten Ja, hier ist das alles Ja, hier ist das alles Wieso tut es das? Ich weiß es nicht So, dann Jetzt hab ich mal Steine entnehmen sollen, um die Löcher zuzumachen Überall machen wir fast mal so So, so Was haben wir hier gehabt? Hier ging's auch Hier war ne Kiste mit den Sachen drin Genau So Lass mal alles mitnehmen Zack, zack, zack Jetzt kann ich auch richtige Steine verwenden Haha Ja Pass das jetzt auch ins Bild rein So, hier machen wir mal zu Ich fange jetzt schon anzubauen, nein Was solltest du lassen? Hör auf, Fio Schluss Das aus Nein Das hab ich hier Hier war ne Anrundung Äh, so Ich mach schon weiter, nein Aufhören, Fio Nicht Böse Böse, genau Hier war, glaub ich, nix hier oben, oder? Hier fall ich einfach runter, lol Ja, hier oben war einfach ne Wand, alles klar So Dann sollte ich vielleicht hier noch ne Fackeln platzieren, hab die hier nix spawned Kann es sein, dass du die Hühner bei dir irgendwo rumstehen hast? Ja, direkt nur raus Das sind Hühner Ah Deswegen hast du so viele Eier Geil Ich hab ja, ich hab ja jede Menge andere Tiere gehabt, aber das hat dann angefangen ein bisschen zu ruckeln, da hab ich gedacht, nee, besser nicht Ey, die war weg So Da hab ich denn jetzt die komplette Höhle hier, die ganzen Dinge erkundet gehabt Ah, genau, hier hab ich mich ja reingebaut gehabt Hier hab ich noch nix erkundet gehabt, hm? Sie erinnern Wer macht denn die Randale? Ich bin's nicht So Äh, nehmen wir mal das Treppchen hier So Dann so nicht Sondern So Ja, zumindest eine heile Treppe hier Da können wir in die Höhle rein, nice Hier eine Truhe Eine Eisenspitze hat doch noch einen Helm, lol Die Tür ist so Sinnvoll Oh, ich hab mit der Fackel die Tür abgebaut Oh, okay Nice Hier ist einfach, ach, die Schlotte hat einfach ein Loch in die Brust, in die Festung gehauen, lol Ein Eisenshirt, lol Da geht's dann noch weiter Nice Uhu Ich bin ja alle really impressed Ich lass hier auch einfach, hier war einfach eigentlich schon rum Oh, da geht's ja auch noch runter, lol What the fuck Erstmal hier ausgleichen ein bisschen Aber hier ist noch ein bisschen Kohle Kohle, Kohle, Kohle Oh, da ist noch ein Eisen Ja, da ist Eisen nämlich nur mit Und da ist Kies Das sieht irgendwie nach einer Falle aus, irgendwie Ich weiß ja auch nicht Das sieht für mich ganz wie eine Falle aus Äh, Bruchstein, da muss ich mit dem Bruchstein hier hoch Schauen wir mal, was hier und so weiter geht Dann Hallo, hallo, hallo So, schlau von mir Äh, so, so, so Ich kann ja die Optik ein bisschen warm Türen brauche ich hier nicht Oder eine Burg Hier geht's noch mal runter, was haben wir hier, hallo? Wie viel ist... Oh, hier ist ja noch eine Büscherei Oh, hier ist ja noch eine Büscherei Oh, hier ist noch eine Büscherei Ich bin gerade echt really impressed Hier geht's auch nochmal lang What the fuck? Oh, jetzt geht's hier dann in die Höhle rein Hier ist ein Gefangener gewesen anscheinend Sklave seiner selbst Ich denke in die Höhle noch weiter... Ne, das war's dann anscheinend Wow Wow Genau Das ist echt krass Das Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht... Es ist halt schon wieder was gespawnt, die Leute Hm... Hm... Stirb Hier ist nix... Okay... Ich nehme einfach jede einzelne Tür auch mit Kommt aber auch nicht rustet, Zombie, ne? Hm... Schlimm, schlimm Egal, hab ich noch zugekühlt Ich weiß noch gar nicht, was ich mit dem Eisentier machen soll Ich stehe auch die ganze Zeit schon wieder ein Zombie Eisentier mitnehmen Da kommt ein anderer entgegengelaufen Komm mal her Hi du Wow, dieser Raum hat einfach eine Eisentier und ein Holztier Äh... Kann gerade so, als würde ein Zombie gegen eine Tür hauen Ich glaube ich habe die Zombie-Inversion gefunden Warum joinst du denn hier? Röser Zombie Das hast du doch gar nicht Ist ja auch noch ein Slime Krass Ja, da oben ist ein Slime Lol Dass man nicht alles findet, ja Krass Ich muss erst mal was gegen dem Wasser voll machen Der verwüstet mir meine Bücherei Okay Ich kann ihn auch benutzen, um hoch zu schwimmen Schwimm, 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 schneller Und da ist auch die Leiter, okay Das ist ein Skelett Jetzt mach ich das mir hier zu Nein, sie kommen Oh nein Sie wollen mich Oh nein Du stirbst dann Da bringt auch noch ein Zombie rum Gibt's doch nicht Egal, da mach ich ja echt schon wieder Arbeit, ne Gibt's doch nicht So, 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 so Ja, du traust dich nicht herz von mir, oder wie, ne? Ja, wahrscheinlich Hast du Schiss von mir, oder was, ne? Guck mal hier Hier schon wieder eine Kiste Mit dem irgendwie schon drin Bestimmt die andere Kiste, die wir schon mal loten sollen So So Mir ist tatsächlich der Kopf ist da anders gegangen, Leute Gut, dann gibt's halt weiter Für Waterfall in meiner Bücherei Das ist mir zu Gold So So Aber eine Spinne könnte ich sie schon mal Wieso spawnst du hier das Skelett, ne? Hätte ich das erlaubt Genau, anscheinend So, hier unten ist irgendwo eine Spinne Ja, da ist eine Spinne So, da gibt's Spinnen einfach nicht Zeige ich auch, wo das mit dem Türklopfen herkommt So, zack, zack Ach, hier geht's nochmal runter Runter, runter, runter Runter, runter Okay Oh, ein Schwertes Rutsch Er hat ein Holztür geklaut Der andere Zombie Wieso tut er das? Was ist das denn jetzt? Siehst du den Altar, oder was? Was? Sieht aus, jetzt ist er hier ein Altar Ich hab sie überall die Türen kaputt gehauen Ist da nochmal Lava, nice Gold Zock Lol Ich glaube, dass ihr direkt über mir seid Von wo kam ich? Von hier Ich glaube, es ist was zum Zubo Ne, ne, hab ich nicht mehr Oh, Mann Fällt mir nur zu ein? Das ist echt krass Wie viel der einfach ist Lol Hier geht's auch nochmal runter, lol So, ob So, obi, obi in dein Mundi Super Woran denkst du denn jetzt schon wieder? Nee, nichts, passt schon Klingt auch so Okay, der Architekt hier war super Was? Der Architekt hier, der hätte richtig geil gebaut Hallo Ist hier noch jemand? Im Leben, vielleicht? Außer Zombies Und Spinnen Creeper Und Skeletten Die leben aber auch? Zeig ich ja aussah Die Versteht sich hier eigentlich Ich frag gar nicht Ich glaube, das war's Oder? Sieht so aus Ja, ich glaub ich hab die komplette Dingsum ist jetzt erkundet Die komplette Höhle Ich hab immer noch Viecher rumlaufen Achja, die Tür hat ja von beiden Seitenknöpfen, ne? Ich hab keine Lust mehr auf Schule Achja, immer diese Schule Ich darf morgen länger in der Schule bleiben Warum das denn? Singen Für Weihnachtsfeier Im Dialekt Wow Ja Dialekt Scheiß ist nicht so Wir sind Dialekt Scheiß Dialekt singen ist so schwierig Als Deutsche schon, ne? Ja Schon Schon, schon, ja Das ist, das ist halt, das ist Du hast den Zettel als Text Das ist nicht im Dialekt geschrieben, das ist im Hochdeutsch geschrieben Und du musst es dann nochmal setzen Und du musst es im Äh, nein, 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 das ist schon Aber im Dialekt gibt's halt so Abkürzungen Und die sind nicht geschrieben Das ist im Hochdeutsch sozusagen Der Dialekt ist versucht worden im Hochdeutsch zu schreiben Okay Ja Und das muss, und das muss so reden, dass es, äh, wie im Dialekt klingt Ich such gerade den Ausgang, find den nicht Stronghold Hm Hilfe Jetzt mach ich hier den Gronkh, oder was? Drei Pools hinter, ähm, hinter der Tür Warte, hier, da war noch Warte, von hier aus war auch direkt eine Treppe nach oben Ist das? Ah, hier ist ja Ich hab grobe Erde gefunden, ist ja voll cool Wow Ja, hinter deinem Haus Das ist voll lustig, die grobe, äh, das grobe Erde ist im Default-Texture-Pack Die normale Erde ist in 128er Sieht bestimmt cool aus Ich meinst davon Ach hier Leute, hier geht's auch nochmal lang Okay, dann grab ich mich mal da durch Hier geht einfach das Ding weiter Nice Stop Aha Ich hab Hühner gefunden Die sind direkt neben meinem Haus Jaa Wie kannst du die nicht finden? Jetzt hab ich sie gefunden Blöber Zombie, stirb Wann hab ich ne Karotte? Wo kommt die Karotte her? Wo kommen jetzt die ganzen Zombies her? Wann haben wir denn schon gekommen? Das ist alles ausgeleuchtet Hallo? Gibt's jetzt auch nochmal ne Treppe? Nice Gibt's jetzt auch nochmal ne Treppe? Nice Guck mal Okay, die geht's jetzt Mach ich hier hin Alles klar Kann voll gut mit mir reden Rede mit dir Rede mit dir Lass rede schneller Nein Nein Ich geh da mal ein bisschen Kies auf Nehmen noch Dann graben wir mal ein bisschen Kies ab Vielleicht kriege ich hier was tolles Ein bisschen Flint oder so Dass ich übrigens nicht aufheben kann, wie scheint Jetzt schon Hast du nicht schon Flint? Ja Ja Ich mein nur feuchte, ne? Feuchte, ne? Feuchte, ne? Ja, hast du ja schon Wann auch trotzdem machen Ich wollte ja Pfeile machen müssen Naja Aber ich irgendwie nie nen Bogen benutze In Vanilla Mach ich auch nie Immer Schwert Ja Außerhalb von so nen richtig krassen OP-Bogen Bis einfach ein einfacher One-Shot immer alles ist Dann hat man natürlich Spaß daran Dann wärs noch Unendlichkeit drauf Und man ist happy Eben, genau Und dann halt Machst du einfach die Long-Ride, ich stehe und so Genau Du hast 41 Feuersteine Hm, ja Da kommt einiges dazu Du hast ein paar Stecks Kies Mhm Brauch ich auch Da waren schon wieder Weizenkörner dabei Da kommen die ganzen Weizenkörner her Da frage ich mich Ich hab immer Weizenkörner in der Tasche Du hast neun volle Sticks und drei angefangene Also Zirka zehn Zehneinhalb Zehneinhalb Sticks Kies? Ja Oh nice Aber ich werde doch wieder fleißig anfahren So viel Kies Und hier wird auch keine Folle Das sah aber einfach ein anderer Fall aus, fand ich Hier ist nochmal ein Kies Ich traf die ganze Zeit schon mit F3 rum Warum? Keine Ahnung Ich traf die ganze Zeit neue Sachen Die schreibst du dir alle auf? Wie? Ich seh das schon, irgendwie komme ich die nächsten Tage dann auf den Server Weil ich jetzt so viel vorproduziert habe und da ist einfach alles weg Alles weggefarmt Alles weggefarmt So sowieso plötzlich vor die Bauten denk ich mir so What the fuck? Und dann geht ihr ins Lagerhaus rein Und da steht eine ganze Wand Kohle, 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 Kohle Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle Und irgendwie so sechs Doppelkisten Kohle, drei Doppelkisten Eisen und zwei Doppelkisten Dias Wer aber schon da ist Läuft 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 Weizen Hat ein Alter Hm? Weizen hat ein Alter Läuft Läuft Minecraft Weeds H7 H3 H6 Oh, ok Gut zu wissen Ich baue mich hier gerade so rum und plötzlich stehe ich hier an Lava Nice Hätt ich hier also weiter geboten, wär ich verbrannt Nice Ja Lava, dann würd ich mal sagen Hm, was nehmen wir denn dafür in dem Fall? Der hat das billige Zeug hier Ciao Ich Lava, du bist sie nicht erwünscht So viel Eisen Ich kann's nicht zählen Aber Wasser wird nicht angezeigt Null Es wird recht nicht angezeigt, Wasser ist ja eigentlich auch ein Block Hm, ist Lava ein Block? Keine Ahnung, schau bei F3 Du hast ja Äh, rechts Nein, ich glaub die ist schon weggemacht Lava ist schon weg Ja Ja, aber bei F3 hast du ja Äh, rechts Rechts? Ja, es ist rechts So unterhalb, so Wenn du die verschiedenen Blöcke anschaust, wird dir alles angezeigt Jetzt misch ich erstmal Open, close, open, close Ja, so Äh Äh Wo wird denn das Alter angezeigt? Ähm, das ist rechts, wenn du unter dem Rechts hast du ja so ne, wo so Statistiken sind, also nicht die Koordinaten, sondern Ja, du meinst Java, meine Grafikkarte und so Ja, genau, und dann wenn du auf Weizen schaust, dann hast du da, äh, Minecraft Doppelpunkt, äh, Weed H7 Beispiel Minecraft Stone Ja, genau Barrient Stone Lava hat da nix Ja, bei mir etwas auch nicht angezeigt Oder auch nicht, bin ich einfach zu weit weg, genau so Nein Selbst wenn du ganz reingehst, wird nur der unterste Block Fenster ab Äh, ja, wo wird ich schreiben, da wird ich schreiben Das hat gerade die größte Freude, dann wird ich ja gerade alles durch Kannst du ja Ja So, wo komm ich jetzt? Ich war schon drunter Ja Jetzt hab ich glaub ich aber auch alles entdeckt Hoffentlich Hm So, die Tür nehm ich jetzt auf einmal mit Ich hab die normale Bücherei, genau, hier komm ich ja hoch, äh Wo war der blöde Untergang? Da Kletter, kletter, kletter Truhe Das kann ich von dir mitnehmen, das kann ich alles mitnehmen, okay Äh, was kann ich denn da lassen eigentlich? Die Karotte könnte ich da lassen, nehme ich den Kompass lieber mit Kaktus, Kaktus oder so Dann bring ich das alles nochmal heim Oh man, oh man Das wird ein Spaß Oh man, das alles jetzt machen Viel Spaß Mh Und außen ist es noch Und außen ist noch Und außen ist noch Und außen ist noch Viele buntes Smarties Nein Ne rote Wir müssen nicht nur Smarties sein, so Uh, gelbe sind hier auch noch Doch bunte Tschau noches Zombie Tschau noches Zombie Oh oh Wie sieht der denn noch normal aus, lol Boom, oh jetzt hat der kaputt gemacht Jetzt hat der alles gut gemacht, der Creeper Egal Ist nicht mehr auf Die Spinner macht bestimmt Gift Ah Die hat so einen komischen Effekt Der Skelett Überrascht mich nicht so von hinten Boah, ich erinnere mich noch wieder an die Die Hexe denkt mir so Okay Hexe, ich drehe mal besser um Mh Bin weggegangen Und dann guck ich halt in meinem Metalldurch und plötzlich steht hinter mir Das ist irgendwie alles könnte hinterher gelaufen Hätte ich nicht erwartet Wie vor haben wir denn jetzt eigentlich? Oh Kommst du auch langsam zurück? Was? Ich bin schon längst wieder zu Hause Achso Gut, ich komm auch jetzt nach Hause Und die ganze Zeit Dann können wir jetzt nämlich Dann können wir nämlich die Session beenden, denk ich mal Ich dachte, da bist du noch mal hin Du bist noch mal zurückgegangen, dass du alles erst noch was geholt Klang zumindest so Ne, ne, ich schau ja die ganze Zeit in F3 Und mir war langweilig Hast du jetzt was gebaut? Alles für Kisten sortiert Alles für Kisten sortiert, okay Ja, mir war wirklich sehr langweilig Dann guck ich mal, was du getan hast Ich hab nichts verändert Au Kaktus hat ein Alter von Null So, dann schon Was ist echt Tobi los? Ich würde jetzt einfach das Zeug jetzt einfach hier so reinklatschen werden Ja, ja Ja, ja, leck mich Ich weiß, ich weiß Ich hab's die Kohle und alles, was du sortiert hast Jaaaa Ist okay Ja, mir war sehr langweilig Entschuldigung Äh, so Warten wir mal damit Das ist eine Zollfläche für mich müssen Nein, ich wollte nichts craften Ach, du warst auch noch Farm gewesen? Jaa Ich meinte, ich meinte ja in den Feldern Ne, warst du nicht Ne, war ich nicht Hätte ich aber machen können eigentlich, ne? Warum ist denn die Essensküste plötzlich voll und so? Das wundert mich gerade Ach, das müsst ihr schon doch sehen Ach ja, Eisen hast du schon rausgenommen, okay Nö Warum hast du denn die Kohle rausgenommen? Gar nicht Kohle Äh Äh Kann ich ja noch hier den ganzen Kack wieder reinschmeißen So 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 Kohle rein Ei, äh, Gold rein Zack Zack Was war denn hier? Hier haben wir die ganze Erze jetzt Nö 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 Die anderen Kisten waren alle voll Frau, wie aus hast du die Erze so komisch aufgeteilt? Ich mach das immer so Damit ich Damit ich wenn ich dann Ähm Irgendwie Erze hab, dass ich die nur rein Dass ich die nur rein machen muss Okay Ja Es geht schneller Oh, sie sind hier oben Wow Ein Bett und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Faggeln in einem runden Kreis Es ist kein, was du denkst Kein Illuminati-Kreis oder so Sind die sicher? Nö Goldschüsschen, wow Sollte mal was essen Ich hab das Brot Willst du da, willst du da auch noch im Bett daneben pflanzen? Ne, dann ist es nicht mehr in der Mitte Ja Das warst du aber Das hab ich nicht so aufgestellt gehabt Was? Nein Ich hab gar nichts geändert Das war eigentlich nur Halt's ab, ich hab mich dann wirklich so perfekt hingestellt Halt's ab Halt's ab Halt's ab Ich geh hier hoch, denk mir, was ist da oben? Ich steh so, ich steh Wow, was ist denn hier passiert? Ich geh hier oben Okay Ich hab nichts getan Fass mich doch gerade Hä? Wo ist ein Zombie? Vielleicht unter dem Haus? Oder hinter dem Haus? Hier ist auch irgendwo ne Höhle, aber ich find die nicht mehr Genau, eigentlich hier unter dem Wasser war ne Höhle gewesen Aber die finde ich schon mal wieder Ich hab mich schon dem Wasser runtergeraubt War nix Ah ne, hier steht an einer Tür Was? Hinter der Tür? Ja, hier Warum brennt der nicht? Weil hier, wenn du hier Holz hast Da ist Holz Es brennt nicht, wenn der da steht Erst wenn er hier hinten ist Okay So, gut Der, der nichts gedroppt hat, hat da auch noch ein Minigitel Doch, ja, doch Ich hab Zombie vielleicht aufgehoben Ah ja Das droppen wir halt immer Zack, zack War doch erfolgreich Ja, voll Streck dich erst mal Ja Boah, hab's zurück mit Schmerzen So Willst du noch mal was sagen? Danke fürs Zuschauen Yeah 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 Wir sehen uns nächste Folge wieder Jo Ohne mich Vielleicht wahrscheinlich, wenn du das teilst oder so Keine Ahnung Weil ich nicht schon wieder raus Mal schauen, wie nach dem... Mal schauen Mal schauen, hm Kann ja so ein Warum nicht Ich Pfeife hat mir auch noch die ganze Zeit alles angeschaltet Ich sag immer bin ich da sogar eingeschlafen Ah mein Let's Play zum Schlafen, alles klar Irgendwann hab ich auch einen neuen Skin Kann ich mal zeigen, so Hier, zack Winterskin Ich hatte keinen Bock auf Weihnachtsmann mehr Deswegen hab ich mir einfach mal den alten 4 Skin mit nem Schal und so gemacht Handschuhen F5 Da hinten hab ich sogar einen längeren Schal runterhängt Ich wollte einfach vorn, dass man das F noch sieht Aber hinten war mir scheißegal Und mit Handschuhen, ja Entschuldigung Ist ja kalt Ich will ja nicht, dass meine Finger abfrieren So wie bei dir Ja, wie bei mir heute Aber der ist wieder aufgetaut Yeah Yeah Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Haut rein Ja, haut rein Tschau, tschau Tschau, au Ja, reinhauen, ne Haut rein Ey Was ist denn? Ey, hör auf Was ist jetzt auf? Oh Frieden Ciao Okay Nein, lass mich raus Geh Ich seh dich Nein Du seh gar nicht Doch, ich kann Ich seh dich wohl Nein Du siehst mich nicht Was wird das? Was ist das tun? Du siehst mich nicht Ich seh dich wohl Ja, gar nicht Doch Nein Ich kann doch durch die Tür gucken Da ist ein Fenster drin in der fucking Tür Und selbst hier, hier ist Glas Ja Ich weiß Hier kann ich auch durchgucken Durch Glas kann man gucken, stell dir vor Ja Selbst von hier sehe ich dich Wow Oh mein Gott Mann Ja Oh mein Gott Ähm Ja Oh mein Gott Ja Juuu Ja Ja Bis zum nächsten Mal.